Jo Leute und damit willkommen zurück zu das bekloppte Projekt. Diesmal nur zu zweit und das mit Flash. Jaaaa! Musik anmachen. Und mit Centos? Nein. Mit Centos spiele ich heute nicht. Letztens, wo ich die Aufnahme beendet habe, habe ich das hier nochmal schnell fertig gebaut. Ach, du hast nichts gemacht. Du hast nothing gemacht. Und dann hat mir Flash geholfen, den ganzen Scheiß herunter zu ziehen. Dreck, Sau, echt. Ich sag doch, irgendwann kommt der... Centos? Das ist doch ne Podsau, ne? Das ist alles deine Schuld. Jaaaa! Das war TS. Also nicht wundern, das war wirklich TS. Jaja. Und der ganze Rand ist jetzt auch voll gemacht. Haben wir umrandet. Dass hier hinten die ganzen Verkabelungen und so lang laufen können. Hast du das schon fertig gemacht, oder? Ja. Abzache, du auch noch. Ey, sag mir mal, wo der Creeper ist. Weiß er nicht. Ich habe einen Creeper in der Bude. Was geht ab? Cool, ne? Oh, Creeper, man. Äh, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ähm, Task Manager. Sorry, Leute. Äh... Creeper? Wie ist der denn? Wie ist der denn? Ich habe irgendwo einen Creeper in der Bude. Den haue ich mal aus. Hm... Okay, dann weiter in die Etage nach unten, meine Güte. Wie viele Etagen habe ich denn hier? Das ist nur wie ein Mani-Player an. Kann mir das jemand mal sagen? Hä? Weißt du, was ist komisch? Weiß ich nicht. Okay. So. So. So, was wollte ich jetzt machen? Ich habe gerade keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe gerade so einen Super-Creeper unten gehabt. Ich glaube, da ist auch gerade ein Creeper bei mir hier. Unten. Zum Kotzen. Achso, hier ist ja meine Soul-Shot-Station. Oh, nö. Irgendwann, okay. Hey, Fledermaus. Hier kann ich ja meine Soul-Shots machen. Soul-Shots. Ja. Können ruhig noch mal einen machen. Können das die Leute wenigstens sehen, wie das funktioniert. Ja, mach das mal. Schön mit Endstone. So ist wohl so keine Ahnung. Nö, habe ich auch nicht. Habe ich sowieso nie. Weißt du doch. BAM. Oh, geil. Zisch-Bump. Nee, Creeper habe ich schon zerstört. Nee, bei mir meine ich. Aber der ist irgendwo hinter der Wand. Da weiter unten. Weiß man ja nicht. Aber weißt du ja nie welche Ebene das ist. Genau, das ist ein bisschen blöd. Besser als diese andere Mini-Map. Ich habe immer noch diesen Tower neben mir, den ich eigentlich schon längst hätte platt machen wollen. Aber ich habe letztens die Umgebung mal ein bisschen aufgeräumt wegen dem Monster-Spawner, der hier vorne ist. Ich glaube, dafür würde ich mir erstmal Soul Shards machen. Ja, dann kriegst du schnell die Dinger raus. Ja. Habe ich ja unten bei mir die Soul Shards. Mhm. Die Station dafür. Kann man... Wie war das denn? Normales Schwert reicht, ne? Dann. Was? Normales Schwert hat irgendwie gereicht, ne? Für was denn? Wegen Soul Shards. Hey, brauchst du doch noch nicht mal. Du machst einfach rechtsklick auf den Spawner. Ja, ne. Ich meine, du nur mal bis gehst. Ach, reicht nur mal. Weil es war ja mal, dass du ein spezielles Schwert dafür bist. Ja, Soul Stealer Sword. Aber mein Biegen funktioniert ja auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Wo hab ich denn jetzt... Ähm, den ganzen Endstone. Den ich mitgenommen hatte. Weiß ich nicht. Jetzt mal suchen. Sonst kommen sie eben rüber. Ganz... Na, geh doch unten bei mir direkt dran. Ich guck doch erstmal. Ein Soul Shard. Knallkopf. Ein Soul Shard Dingens. Ach mein ganzes Back ist hier noch voll. Ach du ahnst es nicht. Hat die auch irgendwann ein Netherstone noch? Ähm. 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 Ja, Nether weg. Ja, ich weiß. Ich weiß. Du weißt es gar nicht. Ja. Nip. Ich hab das ja auch schon mal probiert. Aber nicht in der Aufnahme. Ja, es ist ja auch nicht in der Aufnahme geschehen. Was mal manchmal vorkommt. 3 Endstone ist klar. Ja, wie gesagt, wenn du nicht genug hast, kannst du zu mir kommen. Ja. Bist du so nett? Ja. Carbonplatten brauche ich. Ach du ahnst es. Ich brauche noch Carbonplatten. Hab ich glaube ich gar nicht welche von. Wieviel brauchte man dafür? Was? Genug, ne? Äh. 8 Endstone, 4 Nether weg, 1 Glauston, 1 Diamond. Mhm. Ein Diamant? Ach ja. 1, 2, 3, 4. Ja, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Neuen Skin und ich werde angeschrieben. Oh. Habe mir schon fast gedacht. Wie viele Leute, die da immer einen anschreiben müssen, ne? Habe ich schon fast gedacht. Ja. Oh ja. Findest du? Aber ich antworte jetzt. Ich antworte jetzt einfach nicht. Deine Freundin wieder? Natürlich. Wie immer. Hätte ich das gedacht jetzt. Naja, kann man nichts machen. So. Wie ging's denn weiter hier? Ach ja, oh, Iridium habe ich genug. Das ist der Flash. Ach, diese komischen... Na, nein. Diese komischen Platten baue ich noch. Weil dann mache ich einfach mal die Tower, die ich schon lange machen wollte eigentlich. Ja, machst du ja sonst nix. Ist ja bei dir nichts neues, dass du sonst nix machst. Sonst habe ich ja nichts zu tun. Ja. Nur habe ich den ganzen Rotz gelassen. Wie viel Endstone hast du denn eigentlich? Äh, ein ganzes Stack auf jeden Fall. Ja? Ja. Wie gesagt, ich glaube in Etage 4 oder so. Ah ja. Kommen wir zu dir hin. Dann gehst du in Etage 4 und dann findest du es schon. Ja. Dann könnt ihr ja mal sehen, was Flash gebaut hat. Ach, nix besonderes. Nur ein Haus und noch ein Haus und Mob Spawner. Nur ein Häuschen. Nur ein Häuschen. Ja, nur ein Häuschen. Ne, Leute? Nur ein Häuschen. Hä, was denn? Wo bist du denn? Hier so eine Melon Farm. Ach, du bist doch... Ja. Ist der eigentlich gerade aktiv geworden? Mach mal bitte den Magneten aus, wenn du da hinten bist. Habe ich doch. Ich habe da immer Angst bei. Ich habe den Magneten aus. Ja, das ist ein Turm, den er umbauen wollte. Leider hier sind die... Ähm... Mether Watson Farm gemacht. Ach so, jetzt ist er umgeschaltet. Ja, ja. Ach guck. Da kommen die Melonen. Guck mal. Ja, weil es dunkel genug ist. Ja. Ja. Und irgendwann... Und irgendwann... Irgendwann wenn es morgens ist, dann... geht er wieder an. SENSOR. Hä? 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 Was machst du? Ich glaube ich mache hier oben noch Whiff-Doors hin. Direkt in die Etage rein. Ja. Geht glaube ich etwas schneller. Ach ja. Ach hier hat er das Ding. Cool. Ja. Na so eine Truhe, weil wie gesagt, dann kannst du Endstone rausnehmen. Oh hier ist nochmal Endstone. Sechs Stück meinest du ne? Was? Braucht man dafür? Ne, acht. 8 Endstone. Acht. Du kannst auch unten Ehm machen da! Mach doch ruhig da unten! Machst du das Kreuz in der Mitte raus! Ist das Tief unten! Ich brauch nur noch den Endstone. Tillilittele Batman. Ach ja. das geht ja ist ja nicht so die komplizierte treppe ist eine wendeltreppe die nach oben geiert ist das ja nicht das war sowieso klar dass ich das mache sonst wäre es ein bisschen blöd gewesen ja hatte ich auch gedacht dass das machen ich lege mich hin das andere haus tue ich auch noch und mit dem tunnel und unter verbinden das dauert aber noch ich habe wieder kein kein zinn bin ich blöd ich habe gar nicht die kopfermaschinen angeschmissen mal gucken warum also dass ich ja vom serverblick das habe ich beim ersten mal gehabt wollte das ausprobieren okay da bin ich ja mal gespannt aber ich glaube man nicht nein sollte gnädig mit dir meinst du ja meine ich auch doch doch bin ich sehr optimistisch drinnen so zack 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 ich wollte noch diamanten diamonds kann so ein stack haben ich hab das selbst oh mein gott er selbst ja genau und es fängt von links nach rechts im inventar an das heißt wenn du neun ungebrauchten links hast und du machst dann zum beispiel zum b aber zum wir zum zweiten dann wird erst der ganze leere genutzt ich glaube die ganze auch wieder beschriften wie damals ja keine ahnung ich glaube im ambos ging das unglaublich geht da rein denn das ist mein sound ich bin batman nicht du bist hat man acht genau 1 2 3 4 5 6 7 8 ich glaube das ist jetzt richtig okay bei der weiß ich nicht muss man die unbedingt haben habe ich jetzt leider wie ging doch noch mal mist wie ging feuersteine hat man die ich auch aus wieder mit kommt also nicht ich weiß nicht ich weiß nicht weg ouch ouch hast du die viecher echt so obsidian lass mich in ruhe bambus ist sicher ehrlich natürlich volles inventar wenn ich hier reingehe ich bin gut ich weiß wie saal kaktos gut dass ich meine berg hat so bei der case weiter und zwei habe ich noch vier stücke machen das ist gut übertreiben boah verreckt doch mal ehrlich ich meine es gab sich daraus auch irgendwie steine schneebälle ich meine es gab auch feuersteine rauszumachen verdammt das normales bei ja jetzt gern lust da musst du gucken zu öffnen ich habe ich mir auch noch mal sehen dass ich mir noch immer hier ab hier auch nur müll drin also kann das sein dass hier irgendwie nur spinnen spanner sind das sind möglich möglich mit alles ist möglich ja recht viele spanner sind hier sind hier dann 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 kommst du denn herr Ich weiß nicht... Boah, ey, hallo? Hallo? Ja, das ist... was nervig ist, durch deinen komischen Scheiß, was du da drauf hast, ne? Durch den, den ich von dir hab. Durch die Scheißseelen, die dann rumfliegen. Ähm... Kannst du nicht treffen. Ja, mach den... machen wir weg. Na, muss ich wahrscheinlich auch noch. Boah ey, die nerven grad, ne? Musst du wegmachen. Zombie Villager. Was? Ich weiß es. Hast du jetzt ein Ding verhauen, oder wat? Zombie Villager. Eiii...